Hallo Freunde, willkommen zurück bei Assassin's Creed WazaHot. Im letzten Part haben wir den Kardinal ein bisschen verfolgt. Und wir haben den letzten... Jetzt holen wir uns den letzten Anhänger. So. Und dann werden wir die Rüstung uns holen gehen. Okay. Nach Rom zurückkehren. Wir haben alle sechs... ...dringen Dingern eingesammelt. Armen. Innerhalb von acht Minuten haben wir es jetzt nicht geschafft. Aber egal. Okay, dann... ...werden wir uns jetzt diese... ...rüstung holen. Da sind wir wieder. Da ist er wieder. Ne, das ist... ...he-he-he-he-he-he. So. Darf ich mal? Autsch. es gibt so hochkommen und du musst noch ein Bordschirmt um irgendwo haben weil ich den werden auch noch besitzen wie kommen wir hier wieder weg müssen wir erstmal hier aus der Stadt wieder rauskommen jetzt sind wir wieder hier wie kommen wir denn hier wieder raus aha hier steht einfach mal ne Truhe ok ja warum nicht aber es bringt uns hier immer nicht weiter da haben wir noch ne Truhe Hilfe wir sind gefangen tausend sechshundert dreizehn k halt die Klappe kommen wir hier wieder auch müssen erst mal nach ok warte mal und ich nur kurz das hier dann weiß ich wo wir hin müssen dann kommt von da müssen auch hier rauskommen so schwupp jimm ja so hier lang 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 hier her so hier ja 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 komm wir erst mal wieder raus irgendwie das ist aber wirklich mal dreist wie kommen wir hier raus da ist es okay ich hab's gefunden endlich so bei dem umschubsen buch das war vielleicht keine so gute Idee das ist doch nicht etwa du wirst nicht entkommen ok wenn die ich da so aua boah hallo lass mich mal in Ruhe so komm gibt auf geht weg na also das ganze Ding ist da Wormer ist den letzten Bord da haben wir den letzten Bordscher Turm den machen wir anschließend so so hoppa zack hoppa ups so hier lang hier her hier her dann einmal hier um die Ecke gebogen so schwupp oh schaut mal haben wir noch gar nicht mach mal nochmal schnell mach mal nochmal schnell und hier steht direkt eine Kiste auch nicht schlecht so so Halt zum Hocker du sagst nichts zack weg damit so zack 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 d x jaja hoppa so schm akhir 얼�ft da cup d Nein op Wir müssen da wieder hoch. So ging es nicht. Nö, zum Glück. Wo war jetzt der Eingang? Oh. Wo war der Eingang? Jetzt muss ich den erstmal finden. Oh, hier bin ich falsch. Warte mal. Jetzt bin ich wieder hier hoch. So. Ah, hier war der Eingang. Okay. Wo war der jetzt? Wo ich nur die richtige Stelle finden? Und die richtige Stelle war hier. Ne. Ach, was machst du? Komm, hier. Hier lang. So. Das hätten wir. Aha. Ja. Schick. Rüstung von Brutus erhalten. Das ist doch nett. Na, jetzt nichts wie raus hier. Ja. Okay. Hier haben wir noch einen Boccia-Turm. Den werden wir auch noch uns zurückholen. So. Und dann können wir hier mal ganz kurz vorbeischauen. sind die schon zurück? Ja. 13. Also weiter, weiter, weiter. Der ist beigetreten. Assassinen. Und dann... Der kriegt... Der kriegt... Der kriegt... ...ne bessere Waffe. Der kriegt... ...ne bessere Rüstung. Der kriegt die Rüstung. er kriegt die waffe und eine rüstung und wir machen jetzt mal aufträge geht das kann einer das sollte ja nicht allzu acht neunze prozent reicht so so her also er hat wollte dass sie okay was haben wir hier erst etwas 95 Prozent sollte auch reichen so das ist schon ein bisschen schwieriger 77 Prozent aber ich mach's einfach mal so dann haben wir hier noch 100 Prozent das wird sowieso da nichts das ist auch zu viel Rom das können die letzten hier machen aber brauche ich nur zwei für okay dann haben wir noch einen Assassinen übrig für Moskau nein nicht für Moskau für Paris jo so das wäre das alles in Ordnung hoppa schluck komm her komm galopp 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 ist hier irgendwo da oben was macht der denn hier runter er ist doch in der Nähe wer einer von Borgias Hunden wir wollten uns ihnen widersetzen er kam zu unserem Haus und schoss mit seiner Hakenbüchse meine arme kleine Anna sie ist ich muss zu ihr zurück nur ein Schütze den überwältige ich leicht wie präzise er auch sei wenn wir hier bleiben dann tötet er uns ich hoffe zur nächsten Säule um ihn abzulenken ihr flankiert ihn habt ihr gesehen wie das Pferd im Boden versunken ist Adesso basta ich fürchte mich nicht solltest du besser solltest du besser zack dort ist er zack so der ist auch weg fünftwitzig kunden zack so okay Freunde dann würde ich mal meinen im nächsten Part machen wir dann den letzten Borgia Tour dann brauchst du ja Augen geschließen der hat eine Brille auf ja haben wir nicht ganz geschafft gut Freunde also im nächsten Part kommt dann der Borgia Tour was hat ja der ja irgendwo hier sein müsste und zwar genau hier das ist dann also im nächsten Part ich sag bis denn und ciao du w w und zwar Vielen Dank.